Die Polizei, die glauben mir auch. Warum glauben sie dir? Was willst du der Polizei sagen? Ich tue das Auto und glaube, das ist ein verrennter Mensch. Das dürfen wir nicht, wa? Nein. Damit du die Polizei seht. Was macht die Polizei dann? Wolltest du sagen? Ja. Sie nimmt uns in Gefängnis. Ich will nicht in Gefängnis. Dann musst du das wieder zurückfahren. Das Auto? Das ist gar nicht unser Auto. Okay, dann fahren wir das nicht. Wenn man andere seht, dann schreit sie mit dir, nicht mit mir. Das war gar nicht meine Schuld, das war deine Schuld. Okay, dann was machen wir jetzt? Jetzt aufsteigen wir. Ich aufsteige jetzt. Und dann? Wo legen wir Auto hin? An der Tag, das kann ich sehen. Okay, okay. Wir parken das und dann scheinen wir gleich aus, okay? Aber wenn wir das, dann sagt der Mensch, wo ist Ihres Auto? Die fragt dann, wo das Auto ist, weil wir woanders geparkt haben. Ja, das ist egal, das ist unser Auto. Du musst wieder zurückfahren und ich gehe in die Arbeit. Okay, okay, okay. Du musst wieder zurückgehen. Okay, ich gebe es zurück. Okay? Aber andere seht es gleich. Nein, wir... Aber Papa, unser Auto ist gar nicht so aus. Ja, unser Auto ist es ja auch nicht. Warum hast du, wenn du geschreit hast, dann musst du gar nicht anschneiden sagen. Ja doch, du musst in jeder Auto anschnallen. Aber du darfst gar nicht in freien Menschen Auto gehen. Ja, darf ich auch nicht. Wenn du in freien Menschen gehst, dann gehst du ganz alleine, ohne mich, empfänglich. Okay. Dann gehst du ganz alleine. Ja, ich weiß. Ich gehe in Arbeit, du gehst empfänglich. Okay. Willst du empfänglich gehen? Nein, nein. Dann musst du wieder zurückfahren. Okay, ich war es zurück. Oh, ich habe noch Angst. Du brauchst keine Angst haben. Aber dass der hier ist, wo ist da los? Ja, dann werden sie uns Gefängnis machen müssen. Wir parken jetzt das Auto, ja? Und dann mache ich nie wieder. Nie wieder. Ich sage das alle. Ich muss das alle sagen. Warum? Das ist alle. Ich sage das alle. Klar, macht man nicht, Lerisemänner. Ich sage das aber trotzdem alle. Ich habe dir was geschenkt, aber das schenke ich dir noch. Aber ich will das noch anders sagen. Ja, kannst du sagen. Wenn Baba klaut, dann musst du das sagen. Unrecht muss gesagt werden. Ja. Wenn ich eklig in Allah sage, dann musst du auch anders sagen. Hast du recht. Aber Allah ist schöner. Allah ist die beste, beste, beste Allah in uns aufpassen. Ja, du hast recht. Und das sage ich jetzt, Anne. Ja, okay, sag es, Anne. Baba hat das Auto geklaut und ich muss Strafe bekommen. Klauen macht man nicht. Und dann sage ich... Und andere rufen Polizei und dann verhaften die uns und dann... Nein, dich verhaften die. Ja, mich verhaften. Nicht mich. Ja, okay. Ich, dich, mich. Okay. Jetzt parken wir schnell Auto und steigen aus, damit die Polizei uns nicht sieht. Ja, okay? Oder die Polizei dachte, dass es unser Auto ist. Ja, das kann sie auch. Sie dachte vielleicht, dass es unser Auto ist. Ja. Aber wenn sie fragt, dann müssen wir ehrlich sein. Oh, ja. Wir müssen ehrlich sein. Okay, Anne. Anne, du, ich sage, Anne, nur dich. Okay. Ich tue, dass deine Schuld war. Okay.